Willkommen wieder bei einer wunderbaren Folge Overwatch mit Ari, hallo. Hallo. Und wir spielen heute wieder WowTalk, denn es gibt ja die neuen Skins, es ist ja Winter-Event. Und ich muss jetzt ein bisschen vorproduzieren, denn demnächst fahre ich schon weg für irgendwie ein, zwei Wochen. Sind wir weg, ne? Fast zwei Wochen, ja. Und deswegen muss ich da ein bisschen vorproduzieren, Leute. Und mal sehen, es werden bestimmt ein paar Overwatch-Folgen zwischendrin immer wieder kommen, wo Ari oder sogar Zombie dabei ist. Schauen wir dann mal, wie wer Zeit hat. Oh, tja. Ja. Ja, hallo. Das ist die Winter-Variante anscheinend der Map, die sieht sehr cool aus. Die sieht richtig cool aus. Ich habe richtig Bock auf Weihnachten, oder? I wish you Americans miss. Ich gucke nebenbei immer auf OBS, aber ich habe anscheinend keine OBS-Lags mehr. Ich habe anscheinend das Problem gelöst. Also ich muss nur immer bei der Grafik so lange rumschrauben, bis meine GPU nicht so ausgelastet ist, dass ich aufnehmen kann in OBS. Das ist kompliziert, Leute. So. Der Reaper hat gerade hier den Schneemalmer zerstört. Was? Aber wie findest du den Skin? Das wollte ich dich fragen. Der ist doch hübsch. Wo hast du den denn her? Das ist der Neue, den habe ich mir einfach geholt. Cool. Das ist der Neue, den habe ich mir einfach geholt für Geld. Also nicht für Geld, sondern In-Game-Geld. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ah, verdammt. Ich hätte nicht vorgehen sollen. Ich habe direkt einen Fehler gemacht. Das ist, weil ich so lange keinen Overwatch mehr gespielt habe. Ich mag mal direkt Fails. Ich auch nicht, deshalb spiele ich auch Instant Soldier. Ja. Ich hätte das aktiver spielen müssen. Vor allem jetzt zur Winterzeit, weil wir brauchen ja eigentlich Lootboxen und so gesehen. Eigentlich schon. Für Soldier gibt es auch einen neuen, ne? Ja, aber den finde ich nicht so cool. Also da macht mich der, äh, äh... Der von Annas und Hanse sind ganz cool, finde ich. Der von Hanse wird, glaube ich, überarbeitet. Habe ich auf Twitter gelesen. Der von Hanse wird überarbeitet, weil ich das irgendwie gelesen habe. Weil? Ich habe keine Ahnung, warum. Aber er wird überarbeitet. Ich habe mir das nicht angeschaut. Nur die Bilder. Ich habe mir den Text dazu nicht angesehen. Warme, Alter. Blöde Moira, hau ab, ja. So, ich war gerade richtig verwirrt, weil mir so ein Schlitten entliegen gefahren gekommen ist. Ich wollte den blöden... Wowtalk, nicht Wowtalk hier. Ach, Hanse gerade holen. Aber irgendwie wäre ich zu doof dafür. Na, Moira ist auch am nerven. Obwohl, die kommen nicht von oben. Alter, ich bin geflogen. Ich auch. Da oben war doch der Hanse. Die Mei, die Mei, die Mei. Zeig dich, Hanse. Zeig dich, zeig dich. Na, ich glaube, der will sie nicht zeigen. Die sind ja alle da. Ach Mann, der Hucke ging es ins Leere. Alle tot, okay, ja. Der Reaper hat alle eliminiert. Ja. Ich habe gerade meine Ulti total gewastet. Ja, ich habe Hanse getötet. Das ist mein Ziel gewesen. Und ich habe es erreicht jetzt. Na, das war dumm. Ich dachte, die kommt um die Ecke gelaufen. Kam aber nicht. Ich habe Tracer von hinten gesnackt. Brauchen wir eben kurz Heilung. Hui. Oh oh, oh oh. Ja. Ich bin in die Abkühlung gerannt, leider. Ich brauche leider Heilung. Oh oh. Wow, war das schlecht. Nein, ich wollte gerade meine Ulti benutzen. Nein. Ich wollte gerade meine Ulti benutzen. Ach Mann. Shit. Nee. Shit, shit, shit. Shit, shit, shit. Das war doof. Das war mir zu viel Action. Nein, das war mir... Erstmal habe ich dann daneben geschossen. Wie so ein Dulli, ey. Aber ein richtiger Dummi-Dummi. Dummi-Dummi? Ein richtiger Dummi-Dummi in der Hinsicht gewesen. Blöde Tracer, ey. Mann. Wo ist die hin? Überall ist die. Überall. Oh, der Schlitten ist voll cool. als Payload. Sag mal. Ich hock den vor mich. Und der ist ganz woanders. Der ist ganz woanders gewesen. Der ist irgendwie neben mir rechts weggeglitscht oder so. Wow, ey. Ja. Mann, was ist das denn? Ehrlich jetzt. Richtig doof. Gerade rushen die uns richtig weg. Ich muss Wartok wieder mehr spielen und üben. Das ist ganz klar. Ich glaube, wir haben keinen Heal mehr. Ich finde das voll cool, wie die überarbeitet worden ist. Ist das die einzige Winter-Map eigentlich? Ich schätze nicht, oder? Ich weiß nicht. Es gibt ja... Also bei Halloween war es glaube ich auch immer nur eine. Wer weiß. Komm her, du blöde Riva. Nein, ich werde tot gemacht. Aber ich habe die Diva aus Mech geholt, von daher. Habe ich was fürs Team getan, ne? Die wollen auch, glaube ich, ihre Ulti benutzen, keine Ahnung. Diese verfluchte Diva. Jetzt gerade machen die uns richtig fertig, mal so als Info. Ja, irgendwie rushen die jetzt richtig durch. Los, Widow, töte sie alle, ja! Ich finde das auch cool, dass diese Paletten hier hinten aussehen wie so... äh, Geschenke. Wow, ey, das war glücklich. Ich bin runtergesprungen. Einfach so? Just for fun? Wow. Ja, mit einer Ulti-Büro. Ich wurde genau neben der Diva eingefroren, als sie ihre Ulti benutzt. Ich hasse mein Leben. Also, heute, das weiß ich auch nicht, was ich gerade mache, ne? Aber das ist ja grausam. Was passiert? Was passiert? Ich habe immerhin die Mei umgebracht. Das war alles wert. Man, oh, man, oh, man. Ey, ich werde hier nur rumgeschubst und so. Das ist so doof. So, jetzt hüttet hier die Diva. Ich bin echt tot, ich bin echt tot. Ich lebe noch, ich lebe noch. Wir haben sich, glaube ich, zurückgedrängt gerade, ausnahmsweise. Ich habe meine Ulti immer noch nicht benutzt. Ah, du verfugte Mei, Alter. Die hast dich so wie die Pest. Nein. Nein. Zombie, schau zu. Willst du sehen, wie wir verlieren? Ich werde echt andauernd nur weggeschleudert. Rek mich das auf hier. Ich habe nur noch einen einzigen, der da... Ne, zwei. Ich sehe nichts. Schubst die Diva weg. Ich habe irgendwie ihn runtergeschubst, glaube ich. Da ist es. Die Diva ist aus dem Mech und down. Ne, ist sie nicht. Hä? Ne, ist sie nicht. Ich habe nur den Mech down gehabt. Ich dachte, sie wäre down. Ja, ja. Dammit, dammit, dammit. Aber wir leben doch ein Wunder. Wir sind noch im Spiel, Freunde. Knapp, aber ja. Ja, ich habe einen Meurer. Tja. Bödemai, ey. Verdammt. Ich warst dir die ganze Zeit meine Ultis. War richtig. Ja, ich nehme immer noch. Ich muss mir eben heilen. Ey, das ist gerade sehr gut hier. Das will immer noch leben hier. Wir haben gerade echt gut verteidigt, glaube ich. Noch zwei Minuten vier zwanzig. We can do it. Noa. Sei nicht so klein und flink. Ah. Echt so doof, eine Tracer zu treffen, ne? Nein. 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 Ich habe den Gegenschlag hier zu spät gesehen. Ich hasse Mima Mei-Mu. Mima Mu Mei? Ja, die regt mich auf. Keiner ist am Wagen. Keiner ist am Wagen. Doch, ich. Aber ganz alleine. Ich habe drei Leute getötet, ne? Und ich bin noch am Wagen. Vielleicht bin ich tot, vielleicht bin ich tot. Sehr gut. Ich lebe immer noch. Ich lebe immer noch. Ich habe gerettet. Bleib mal beim Wagen, damit ich den zurück... Ich muss unbedingt einen Heilung-Mu nehmen. Flop. Heiliger Beam-Bom, ey. Das war... ...wirklich knapp. Wir müssen halt den Tank auch unbedingt aus dem Mech holen. Das war klar. Wie oft hat der das? Aber ich habe überlebt. Jetzt holst du dich aus dem Mech hier. Dankeschön. Nein! Nein! Ari! Was? Ich bin totgegangen mit dir zusammen. Ja, weil ich gerade mal... Keiner ist am... Keiner ist am... Alle sind vom Wagen weggegangen am Ende. Zwei Leute... Sehr gut. Drei Leute, alle vom Wagen weggegangen, Alter. Oh, wir haben noch so lange verteidigt. Verflucht! Boah, nervt mich das! Ja, ich habe Eliminierungen... Ach, Mann! Ich habe halt seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ja, du bist so scheiße, Ari! Nein! Mann! Aber wie Tracer auch weggegangen ist vom Wagen und so, das war doof. Ich war halt tot. An mich wurde die blöde Bombe geheftet und ich habe das viel zu spät geschnallt. Ja, da bin ich auch gestorben. Ja, aber ich habe in dem Moment meine Ulti gezündet gehabt. Na gut, das war eine erste Runde Overwatch mal wieder nach langer Zeit. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns bei den anderen wieder. Gerne eine Bewertung da, lass einen Kommentar. Wenn nicht, bin ich traurig.